Moment mal. Was ist hier los? Maus ist irgendwie kalt. Sitz drinnen am Spielautomat und sagt kein Wort. Oh Mann. Oh, Elend. Ach, Maus. Sei doch nicht so. Bunte Lichter im Gesicht und im Mund wie aus Stein gemeißelt. Ganz dünn. Du hast doch gar nichts gemacht. Ach, Maus. Sei doch nicht so. Moment mal. Vielleicht meint sie es ja nicht so. Stimmt. Sie meint es wohl nicht so. Das denkt auch der Senator. So ist sie eben. Kalt schnäuzig und nass forsch. Darum magst du sie doch so. So magst du sie doch. Deine Maus. Wie sie ist. Ach, Maus. Maus, oh Maus. Alles wird gut. Aber. fucking Weihnacht. Ja, ich bin. Ich bin.